ich habe ne idee ich habe ne idee und zwar spielen wir jetzt machen wir hier wieder laut wie gut bin ich in überraschungsheld let's go also ich habe den modus einmal per zufall gespielt weil ich einem nachgejoint bin beziehungsweise nicht nachgejoint sondern wir waren als wir haben ein spiel gespielt brand und dann sind wir die gleichen gruppe geblieben ihr wisst was ich meine und dann hat er den modus aktiviert und deshalb werde ich den modus mal spielen ich habe extrem extrem bock darauf ich habe da keine ahnung wie der charakter man spielt weil ich den nie spiele ist schon sehr hart der nahkampf charakter was ist das jetzt okay ach digger scheißt auf digger aber die hits die saßen ich bin spiel ich jetzt und ok ja kann man machen kann man machen kann man machen auf jeden fall mal schauen ob ich überhaupt was hitte digger mit dem charakter ich glaube den habe ich noch seitdem er gespielt hat ich habe nicht mal einen hit gemacht oh scheiß drauf digger ach so halt wirklich digger farm 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 digger die kill will ich auch mal machen digger BOOOOM! Bam, Digger. Bam. Heal, Digger. Heal. Wo ist der Healer? Heal mich. Ich brauche auch Heal, Digger. Danke. So. Bam, bam, bam. Oha, der ist... Die... Also, die Waffe schießt ein bisschen langsam, Digger. Ah, jetzt bin ich gestorben, Digger. Bam, Digger. Bam. Bam, Digger. Ach, Digger. Ja, so gut bin ich jetzt nicht, aber... Diese Random-Charakter sind halt... Ja. Wenn man sich an einen gewöhnt hat, dann... Ja, eben. Oh, nein, Digger. Was ist das denn für eine Scheiße? 150 Kleben, Digger. Das ist aber auch bodenlos, Digger. Oh, wir haben den Checkpoint erreicht, Digger. Ich lieb's. Bam. Oh, mein Gott, Digger. Komm, ein Kill, Digger. Ah! Wer hat mich gekillt? Egal, ich hab's nicht gesehen, Digger. Ich weiß nicht, wer mich gekillt hat. Ich bin einfach 5 Sekunden später gestorben gefühlt. Einfach mal draufschießen, Digger. Ich bin einfach mal draufschießen, Digger. Ah! Hit, hit Ach, Digga, da hintet ja gar nichts rein Gut, wir haben noch dreieinhalb Minuten, Digga Oder nicht ganz, aber Sollte eigentlich reichen Schon wieder der Im Nahkampf ist der sehr stark Bam Digga, da ist mir einer zu schnell, Digga Aber komplett zu schnell Stell dir einfach vor, du bist Eine ganz runde gefühlt, den Glick Den hat ich vor, nicht? Also man kann auch doppelte Charaktere spielen Ja, man sieht es ja jetzt auch, aber Habe ich auch schon erlebt Bam 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 Oh nein, Digga, jetzt habe ich den falschen Spielmodus ausgewählt Ja, okay, da, okay, da, okay Ich habe jetzt den falschen Spielmodus, okay Ich werde einfach jede Runde einen anderen Charakter wählen, wenn ich tot bin Ich fange jetzt einfach mal mit dem an Oder Äh Wir machen Wir machen einfach diesen hier Ich mache es so Ich sehe nicht Ich habe mich ausgewählt Aber dies ist ja, okay Was fair? Ja, okay, war nur Ja, okay, war ein bisschen obere Reihe Ich tut mir leid Ich habe das halt ein bisschen random Machen wir es halt so Tut mir leid Das tut, ja Aber ich, ich, ich will nicht quitten Und mein Soldier bin ich, äh, mit Ach, Digga Okay, Wreck'n'Ball Waffeneinsatz bereit Greif Haken scharf Habe ich auch sehr selten gespielt, aber Gutes Game wäre ich von mir nie bekannt gewesen Gut Ich glaube, dass ich ein bisschen gehealt werde, Digga Wenn auch nur ein bisschen Ich habe ein bisschen Schauen kannst du, der hat einem gefühlt zu wenig gespielt, wie keine Ahnung was. Das ist ein Schiff, das ist ein Schiff, das ist ein Schiff. Wir sind defensiv spielen. Ich hab fast kein Leben, Digga. Ich hit' aber auch nix, Digga. Ich hab halt echt gern die Ulti, Digga. Oh mein Gott, Digga. Ah. Mein Gott, Digga. Einfach der Beste, Digga. Ich brauch Leben, Digga. Ich brauch unbedingt Leben, Digga. Mit dem hab ich jetzt gut losiert. Oh. Oh mein Gott, Digga. Ich bin voll gut mit dem, Digga. Das wusste ich gar nicht. Oh, ich bin ja voll gut mit dem, Digga. Also den spiele ich öfters. Wo ist der Healer? Wo ist der Healer? Ja, Bruder. Ich bauch Heal, Digga. Ich bauch unbedingt Heal, Digga. Oha, ich hatte so Glück, Digga. Ja, Heal mich, Heal mich. Oh, ja, wenn ich kein Heal habe, Digga. Aber den werde ich definitiv nochmal spielen. Irgendwann privat. Ja, Bruder, keine Ahnung, wie man die spielt. Ich weiß gar nicht, Digga. Bam. Bam. Die ist ohne Rüstung auch sehr gut. Ah, danke. 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 Ah, kurz vor Ulti, Digga. Genshi. Ja, jetzt ist die Ulti weg, Digga. Perfekt. Ich dachte, die Ul. Ja, jetzt spawn ich eh nicht mehr, Digga. Wichtig und richtig, Digga. Und da schnapper. Du ist kostenig, Digga. Und da schna balancing Loせ aus quand ja dann! JenniferPite.